So, weiter geht's mit GTA. Stefan, Franz, Daniel und meine Wenigkeit sind dabei. Und Franz ist noch nicht so pissed, wie ich es mir erhofft habe. Der Satz hat da jetzt leider auch nicht zu beigetragen, dass es besser wird. Also aus meiner Sicht. Diesmal nehme ich den Penetrator. Oh, die Kurve da im Hintergrund. Die sah schön aus. In der Wobe. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie der Boost hier geht bei dem Spiel. Das ist ein Strafboost. Er hat einfach Ball los und was bei dem letzten Feld ist so krass. Aber was hast du denn da gemacht? Ich hab mich auch gebringt. Daniel ist aber kein unfacher Spieler, das muss man dazu mal gesagt haben. Nee, gar nicht. Überhaupt nicht. Ich hab nur in Stefan geknallt, weil ich schon... Ich schon gar nicht geknallt hab. Oh, klar. Was schwöre, die sich dagegen bringen. Nein, das ist doch Franz mich gesnackt als ich mit dem Rückspiegel war. Das sah doch schön aus. Ich hab da einen gefliegen sehen. Ach du heilige Scheiße. Nein, nein, Stefan bitte nicht hier drin, das ist so uncool. Nein, nein, Stefan bitte nicht hier drin, das ist so uncool. Ich hab jetzt bei dir ein Kameraperspektive... Das ist so uncool. Okay, wenn ich Franz sehe, dann mach ich das bei dir mal. Weil es so uncool ist? Ja, wenn du dich am Eger facken wirst. Das ist mein Stahl. Die Bangle hier, Grisha, hast du ja. Oh, wir sind voll schlecht genommen hier. Wow. What the fu- Oh, wow, 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 wow. Ich hab hier lieber aus dem Bessiger rein als ich. Oh, ich bin hier voll... Ich hab in die Rücken geschossen. Was? Autsch, 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 Autsch. Ich weiß jetzt schon. Sack! Nice! Ich hab dich mal zu runterge- Ich hab dich mal zu runterge- Ich hab dich mal zu runterge- Was? 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 Nice, Teamwork, lieber. Ist das... Ist das euer verdammter Ams? Das war nicht mit Absicht. Also, bei mir war's nicht mit Absicht. Nein! Ich hab mich noch extra krissen kann, Kira. Ist so unruhig. Du warst... Du warst... In meiner Fahrbahn. Was soll ich denn machen? Ich kann mich nicht wegzaubern. Wenn ich die Kurve... Wenn ich die Kurve gerissen... Wenn ich die Kurve gerissen hätte, dann wär ich runterge- Wenn ich die Kurve gerissen habe... Und das nehme ich nicht mit dem Kurve Fehler. Ich bin der Zweiter. Mal beständig mal gut. Der fahrt mal schön. Ich hatte nur Unfall. Das ist okay. Ich bin wieder bei dir. Nein! Pisswasser! Ja! Erinnerst du dich an die Kurve, Daniel? Ja! Ja! Das ist doch kein Dummies. Wir uns gegenseitig spischen. Wir schauen, wenn sie es ergibt. Dann was machen. Oh! Windschatten in der Kurve kriegen. Ist nicht cool. Gut. Ist irgendwie nicht cool. Ja. Ja. Wenn man die Kamera dann immer so scheiße mitzieht. Mhm. Oh, kennt ihr das, wenn die Kamera mal so scheiße mitzieht? Ja. Ist ja wie ein Rosett mal abgeladen. Hallo! Ja klar. Oh 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 nein. Oh fuck. Nein in der Kurve. Ah, aus der Ruhe gejumpt. Ist hier jemand ausgesucht so ein D-Ber? Naja, ich weiß nicht. Der hat als Ex-Ber. Lenkt ihr bei diesen Tore-Vehlen immer? Ne, ich bin aber auch... ... immer... ... ich hab ein bisschen eingelenkt. Ja. Aber ich bin da zu weit... ... durch die Röhre gegangen. Ich denke da mal gar nicht, dass den einfach so der Wind fährt. Und runtergefallen. Oh, schlägt einfach gar nicht. Schlägt einfach fast so gemein. Wir rennen frisch. Oh, oh, oh. Wofür tipps bei Stefan. Oh, oh, oh. Deshalb fliege ich bei sowas auch nicht raus. So kann er luschen. Oh, oh. Oh, oh. Oh, das kann ja nicht sein. Aber heute der Röhre wirklich scheiße. Der Röhre wirklich erst oder so. Boah, das war super knapp schon wieder, ey. Kannst du sagen, das war super. Ich hab aber diesmal auch nicht gelenkt dann. Ich hab doch schon wieder fast... Ey, ich wär schon wieder beinahe nicht reingekommen. Das war schon wieder in die Röhre. In der ersten Runde hat das mit den Röhren gut geklappt. Aber die zweite Runde... Boah, ich f*** dich hier gerade, ey. Ist ja schon das Ziel. War nice. Gut, dass ich nur auf mich gesetzt hab. War gut. Egal, ich hab... Franz da immer lustig rausgehauen. Mit Stefan zur Hilfe. Ja, das war gut. Bei dem Bremsding, da bin ich voll hier in den Rängen, knallt von hinten. Das ist alles, was ich betrifft. Ich glaube, da hab ich mich ja nochmal gefangen. Und dann kam ein Biber nochmal von hinten. Bumm. Und dann war's... Dann war's im Arsch. War jetzt über die verdammte Linie. Ich will nur zeigen, dass es eh nicht ernst genommen, ob das dann... Ja, ja. Das ist nicht mehr. Ich will nicht ganz sehen. Das ist nicht konzentriert, aber... Mh... 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 Nein. Das war 2000 Minus. Ja, Franzi. Mh... 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 Oh, grüne Höl, hört sich da rauf. Hört sich da auch gut an. Ja, los. Das sind schon wieder so viele Röhre wahrscheinlich, ne? Oh... Ich finde die Röhren ja nicht so schlimm, aber wenn man da so irgendwie reinkartoffelt wird... so rein Kartoffeln, ne? Genau. Wie die Ubisoft-Server. Die Ubisoft-Server sind super. Ja. In die kann man echt nix sagen. Ja, du könntest mal First Person so als feste Kamera einstellen. Du bist Renzer Erste, der sich aufregt darüber. Ich weiß. Vermutlich. Ist ja egal. Hahao. Haha ... Vielen Dank. Oh, Franz hat keinen Weißen. In den letzten Runden, da habe ich die Kumpfrabe einfach genommen. Ja, klar. Ups, ich wollte ganz schwischen. Was hast du gemacht, Franz? Ich klinge den Gang auf, Stefan. Es ist auch nicht möglich, dass man den irgendwie blicken kann. Oh nein, sowas hast du... Oh, fuck. Daniel! Tschüss. Oh, das ist so gut, dass ich immer an den Rückspiegel gucke, ey. Oh nein, das wird ja sonst vorm Punkt wieder, 3 Kilometer nach hinten. Du bist so ein Lutscher, ey. Ich bin nicht so scheiße da reden. Fuck ey. Auf, wie... Wie war? Das ist so schön, dass er mal nie auf unserem... Halt deine Fresse, Stefan. Halt einfach deine Fresse. Okay, ich hab's geschafft. Du Mann. Danke, Daniel. Ich bin ja fremd, ich hab schlechte Laune. Ey, seid auch, Enoch, egal. Scheiße, wie den spielen wir machen. Ihr könntet einmal fährschen. Ich hab gar nichts gemacht, jetzt. Ich hab nur gelacht. Ja, war nicht schrecklich. Jetzt ist das ganze Rennen schon wieder im Arsch, ey. Kannst du mir wieder nach hinten ranfahren und hoffen, dass es überhaupt dämmt ist? Fuck ey. Ich bin ja schon leicht schuldig. Ja, du hast ja die Ruhe weg, ne, wenn du vorne fährst. Lutscher. Oh, 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 oh. Jetzt hat er nicht mehr die Ruhe weg. Alter, sprung jetzt hier der Große nach oben. Huiuiui, das war knapp. Da wird schon voll drüben. Oh ja. Ich hab so das Gefühl, dass... Nicht dran, ich dran komme. Was hast du für ein Gefühl, Franz, zurück? Was? Weißt du, was ist das denn hier ein Problem? Äh, nix. Das ist was ganz Besonderes für Franz nach oben. Ist es Punkt zu Punkt? Nein. Nein. Nein, warum denn? Ah, Daniel. Gedreht komplett? Ich würde mal interessieren, was man bei 10 oder 20 Runden kriegt, wenn man das durchfährt. Ein Geld. Das könnte eine ganz gute Stange sein, aber. Ich weiß gar nicht, was man dann Maximum reinstehen kann. Also ich glaube, bei 90 Runden. Oh, schade. Du brauchst ja schon für eine 3 Minuten, überleg mal eine letzte Runde. 20, was ist das Stimme hier, was du noch präst? Du brauchst ja noch verscheuert, ja. Du bist ja nicht, ich bin ein Mathe-Genie. Oh, fuck, nein. Ich bin doch auf die letzten Platz. Oh, fuck, nein. Ich bin doch auf die letzten Platz. Oh, okay. Ich hab voll verkeilt. So, ich hab verdient, Daniel, übrigens. Ich hab mich einfach nicht aufgepasst. Ich hab mich voll nicht hier konzentriert. Stell dir vor, das passiert schon in der zweiten Runde. Stell dir vor, das wäre jetzt in der 30. Wenn wir mit der Fremse zumindest eine Chance aufzuholen. Warum bin ich Stretter? Weil ich verkackt habe. Du hast einen Checkpoint, du hast einen Verzügelung. Stefan, wo bist du? Hast du da, bist du okay. Du hast gerade so einen Checkpoint versteckt. Und dann werden wir das ganze Rennen um einen kleinen Fehler zu machen, wenn man holt, einfach nicht auf. Das ist so der Scheiß. Jetzt ist mir hier was vor. Du hast doch aufgeholt, du hast Daniel geholt. Genau. Ja, er hat halt verkackt. Ja, wir machen halt auch keinen Fehler. Da siehst du mal, wenn man einen Fehler macht. Ach so, bist du doch direkt hinter mir, oder nicht? Also nicht direkt, aber... Drück doch mal eine Steuerkröße nach unten liegen. Jetzt hast du da. Das ist ja cool. Gut, ich bin nur 7 Sekunden vor dir. Vor mir. Ich freue mich von Franz. Ach so. 11 Sekunden ist ein Fehler gemacht. Jetzt bin ich bei 11. Das war knapp. Ich habe so das Gefühl, ich mache keinen Zeitraum. Dafür zwischendurch eine Sekunde geworden. Ich habe diesen großen Spielen nicht mehr hinter ihm. Das ist so eine Scheiße. Das ist ja scheißernst. Wir hätten auch einfach eine Tiny Ways House machen können und dann wäre es gut. Ja, da würde ich nicht gewinnen. Das stimmt. Ja, aber da ist kein Aus... Da bist du zu gut drauf in dem Spielmodus. Ja, aber wenn man da gedreht wird, dann kann man wenigstens in Fronten... Ja, aber da ist das nicht so emotional. Den tut er runter ab. Oh, der ist 81. Danke. Ich habe da mal sowas von... Immer auf mich abzusehen. Ich muss dazu sagen, ich gehe auf jeden, den ich sehe. Ja, auf mich. Besonders auf mich. Weiß Wunde. Wieso denn besonders auf dich? Ich würde es Daniel immer... Immer der vor mir ist, auf den gehe ich. Da mache ich keinen Unterschied. Ob du das bist oder Daniel. Staddleben? Ja. Das stimmt. Oder freier Modus. Ja, mir egal. Und auch Abflug machen. Ich habe noch nicht. Ja. Das ist dann Staddleben auch komplett. Noch rüber erstmal wieder ein Cut. Bis zum nächsten Mal.